Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner Bücherwoche. Ja, mancher wundert sich jetzt, was samstags ein Video? Hast du nicht in der letzten Bücherwoche gesagt, dass du auf dem Booktuber-Treffen bist am Samstag? Ja, das hatte ich auch bis Donnerstag morgens noch so vor. Leider, ja, wer mir vielleicht auf Instagram folgt, hat es vielleicht mitbekommen. Mich hat Mittwoch etwas im Garten gestochen, sogar zweimal direkt hier hinten. Und es ging Mittwochabend dann so ein bisschen los, irgendwie mit starken Kopfschmerzen, so Übelkeit. Nachts bin ich dann mit Herzrasen aufgewacht und konnte dann lange, lange nicht mehr einschlafen. Und dann ging auch noch so schwindellos. Also ich lag wirklich in meinem Bett und hatte das Gefühl, alles um mich herum dreht sich. Und dann dachte ich am nächsten Morgen, nee, so kannst du nicht ins Büro. Also Autofahren fand ich persönlich geht gar nicht. Und ja, auch auf dem PC den ganzen Tag gucken. Habe mich dann im Büro abgemeldet, habe mich nochmal hingelegt. Dachte, vielleicht hilft ein bisschen Schlaf einfach. Und ja, gehe dann mittags nach unten zu meiner Mama und die sagt so, hey, bei dir ist das ja hier ganz rot und geschwollen. Was ist denn da? Was hatte ich denn da gestern nur erwischt? Und dann haben wir uns so einen Moment angeguckt und haben dann gesagt, hey, vielleicht sind diese Reaktionen, die ich hier habe, tatsächlich irgendwie auf den Stich zurückzuführen. Und ja, war dann Donnerstag beim Arzt und er hat gesagt, das ist gar nichts Ungewöhnliches. Also so die Symptome sehen direkt so ein bisschen danach aus. Man kann das ja nie wirklich komplett einschließen bzw. ausschließen, dass das eine allergische Reaktion ist. Und ich hatte auch einen unglaublich hohen Blutdruck, aber einen ganz geringen Puls und er war da nicht so begeistert und hat mir dann so eine Salbe draufgegeben. Und ich hatte bis heute früh eben auch so diesen Pflasterverband so drauf. Und heute früh habe ich ihn dann eben einfach abgemacht. Das hat sich auch langsam so ein bisschen gelöst, weil man geht ja auch trotzdem dann mal duschen oder wäscht sich ab. Und ja, das hält dann ja nicht so lange. Heute sieht zum Glück, also wirklich um Längen besser aus. Es sieht heute aus wie ein normaler Stich. Ja, aber so lag ich Donnerstag dann eigentlich nur flach. Gestern war dann zum Glück die Kopfschmerzen weg und ich habe dann halt so mit Übelkeit, Flauigkeit sozusagen zu tun gehabt und ja, halt der Schwindel. Also der Schwindel war halt wirklich was, was mich unglaublich gestört hat, weil da kann man irgendwie gefühlt gar nichts gegen machen. Ich habe dann sozusagen die letzten Tage ein bisschen Serie geguckt, auf die ich später noch zu sprechen komme. Ich habe YouTube-Videos mehr gehört als angesehen, habe auch einfach geschlafen. Also ich habe in den letzten 2.5.5 unglaublich viel geschlafen, bin auch früh ins Bett und habe lange am Morgen geschlafen, was für mich ja wirklich sehr, sehr untypisch ist, weil ich eigentlich nicht viel Schlaf brauche. Und ich merke halt oft dann daran, dass mein Körper wirklich einfach erschöpft ist, kaputt ist. Ich fühle mich auch heute noch schlapp. Zum Glück ist der Schwindel wirklich weg. Auch Kopfweh oder so habe ich nicht mehr, aber so schlapp, so ein bisschen matt fühle ich mich irgendwie noch so ein bisschen flau, so richtig fit bin ich nicht. Aber ja, und da habe ich dann eben einfach gesagt, hey, ich war dann eben auch gestern noch krank geschrieben und habe dann gesagt, ich muss eigentlich das Wochenende zur Regeneration nutzen. Dann will ja dann am Montag auch wieder fit sein und Arbeit ruft ja mehr oder weniger und habe dann leider das Booktuber-Treffen heute absagen müssen. Es tat mir unglaublich leid und tut mir noch immer leid, weil so viele liebe Menschen da gewesen wären. Und es war ja auch in Nürnberg, was nicht weit von mir ist. Und ich habe auch schon Busverbindungen, Bahnverbindungen, entschuldigt, rausgesucht und habe mich richtig geärgert, dass es mich halt am Donnerstag so erwischt hat. Und es hätte ja auch eine Woche später kommen können oder eine Woche früher oder das kommt halt immer, weil man es nicht braucht. Auch private Dinge musste ich dann absagen für gestern und auch für heute Abend hätte ich noch was vorgehabt und morgen Vormittag. Und das habe ich auch alles abgesagt und gesagt, ich möchte wirklich eigentlich nur rumliegen und mich entspannen. Und man merkt einfach, wenn man zwei Tage so kaputt ist, dass es auch dann heute sozusagen der dritte Tag, dass man einfach nur nicht wieder 100% man selbst ist, sondern alles so ein bisschen langsamer geht und man einfach ein bisschen gemächlicher unterwegs ist. Und ja, so leid es mir echt tut. Ich hoffe, die Booktuber in Nürnberg haben heute einen schönen Tag. Ich finde es echt schade, dass das nicht geklappt hat. Ich war ja auch beim letzten nicht dabei in München. Jetzt ist ja dann das nächste Wiedersehen eigentlich schon direkt die Buchmesse dann so um den 21, 22, 23. Oktober. Und dann hoffe ich, dass es dieses Jahr noch ein Booktuber-Treffen geben wird, so ein bayerisches irgendwo, wo man einen schönen Weihnachtsmarkt vielleicht dann hat, dass man das wieder auf den Dezember legt, wie letztes Jahr. Schauen wir mal. Also fand ich unglaublich schade. Hat mich echt und ärgert mich immer noch. Aber Gesundheit geht da einfach vor. Und man will ja dann auch einfach jetzt nicht sagen, ich laufe zwölf Stunden heute und den ganzen Tag durch Nürnberg, sitze im Zug. Und das ist halt auch so schon immer anstrengend. Und wenn man dann nicht ganz fit ist, ja, es tut mir echt unglaublich leid. Ich grüße alle bayerischen Booktuber hier mit ganz lieb und hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Oder wenn ihr das wieder seht, ihr hattet einen schönen Tag. Und ja, es ist einfach so. Mir geht es heute wirklich viel, viel besser als Donnerstag. Aber noch so richtig hundertprozentig fit bin ich nicht. Ich merke einfach, dass ich noch so schlapp bin. Also obwohl ich lange geschlafen habe und auch wirklich die letzten zwei Tage nicht viel, eigentlich gar nichts gemacht habe. Und ja, aber man ist einfach schlapp. Da täuscht es auch nicht rumweg, wenn ich das versucht habe, mit Make-up ein bisschen auszugleichen. Dass ich da ein bisschen gebräunt auf den Wangen aussehe und ein bisschen Lippenstift drauf habe, wo ich so dachte, du siehst sonst genauso krank aus, wie du dich fühlst. Und das will ja auch keiner sehen, wenn wir ehrlich sind. Ja, bevor ich mit den Büchern der Woche anfange, gibt es aber nur eine kleine Ankündigung, die ich nicht aufs Ende des Videos schieben wollte. Denn morgen Abend, also am Sonntag, den 11. September ab 19 Uhr, gibt es die zweite Folge von BookTube Live auf Phil's Kanal. Das ist ja ein Konzept von der lieben Carina und vom lieben Phil. Und ich bin diesmal einer der Gäste bei BookTube Live. Also Sonntag, 11. September, 19 Uhr. Ihr findet den Kanal von Phil auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ja, wer Lust hat und zuschauen möchte und Zeit hat ab 19 Uhr, der ist da einfach dabei. Ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch einfach auch mit in den Kommentaren sind und da vielleicht auch Fragen stellen und sich rege an den Diskussionen einfach mit beteiligen. Ich packe das Ankündigungsvideo von Phil auch einfach mal in die Infobox, dass ihr da, wenn ihr es noch nicht kennt, was BookTube Live ist, dass ihr da einfach so einen kleinen Einblick bekommt. Und würde mich echt freuen, wenn wir da uns morgen einen schönen Abend machen. Und zum Glück ist das ja nichts groß Anstrengendes. Kann ich hier von meinem PC ausmachen. Und ja, dementsprechend wird das auf jeden Fall klappen. Ansonsten war es lesetechnisch eine sehr schöne, eine sehr gute Woche. Ich habe insgesamt vier Bücher gelesen, wovon eins ja schon eher mit 200 Seiten eine etwas längere Kurzgeschichte ist. Und ja, begonnen haben wir, habe ich zusammen mit Miriam, daher das Wir, Nachricht von dir von Mousseau. Es ist unser zweiter Mousseau gewesen. Wir haben ganz unabhängig voneinander im August ja 24 Stunden von ihm gelesen und haben gesagt, Mensch, dieser Stil hat uns echt angetan. Und ich habe Nachricht von dir ja durch so ein Schnäppchen bei Thalia als E-Book entdeckt. Und auch Miriam hatte das auf dem Sub. Und da haben wir kurze angesagt, das lesen wir zusammen und haben das wirklich so in zwei, drei Rutschen durchgelesen. Als nächstes habe ich Worte für die Ewigkeit von Lucy Ingläs gelesen. Das ist ein Jugendbuch, das ganz aktuell, ich glaube jetzt im September oder Ende August herausgekommen ist. Ein Buch, das mich durch Cover, ja den Titel und auch den Klappentext unglaublich angesprochen hatte. Auch das habe ich diese Woche gelesen. Dann ging es eben weiter mit dieser etwas längeren Kurzgeschichte und zwar die Welt zwischen den Zeilen von Jackie Fellgut. Von Jackie ist ja mein Sommer-Highlight, ist ja Hashtag folge deinem Herzen, was ich unglaublich toll fand. Und sie war letzte Woche in einem Hangout zusammen mit Sina und Susi. Ich versuche daran zu denken, euch das Hangout auch mal in die Infobox zu packen. Und da konnte man ihr eben auch einfach so Autorenfragen stellen und sie hat auch einen tollen Blog. Und ja, ich habe mich dann direkt wieder daran erinnert, dass ich doch da in den Büchern stöbern wollte und habe mir dann direkt zwei E-Books heruntergeladen und habe eins davon jetzt im Grunde schon diese Woche gelesen. Und das letzte Buch habe ich dann zusammen mit der lieben Lisa gelesen und zwar Plötzlich Benji von Nina McKay, einer deutschen Autorin. Und hier hatte mich ja damals durch das Cover total angesprochen, die Idee mit der Todesfee. Und ja, dann hat auch noch Sabrina so geschwärmt, sodass wir, als es bei mir ankam, ich dann auch einfach Lisa gefragt habe, hey, du hast es doch auch, wollen wir zusammen lesen? Und wir es uns dann eigentlich in vier Teile geteilt haben, aber es am dritten Tag dann eigentlich beendet haben, weil wir gesagt haben, Mensch, mittendrin können wir jetzt nicht aufhören, wir müssen wissen, wie es weitergeht. Und auch hier war dann der Austausch wieder schön. Ja, und dadurch, dass ich dann einfach krank war und ein bisschen mehr lesen konnte, haben wir es dann gestern beendet. Ein sehr schönes Cover, wie ich finde. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Buch dieser Woche an und zwar Nachricht von dir von Musso. Und nein, ich weigere mich, den Vornamen auszusprechen, weil ich einfach glaube, dass ich sowieso falsch machen würde. Das Buch ist 2013 erschienen. Das Taschenbuch kostet 9,99. Ich habe jetzt glaube ich das E-Book für 2,99 ergattert bei so einer Thalia-Aktion. Und ich denke auch, dass es mittlerweile Musso wirklich gebraucht überall günstig gibt. Ich habe selbst noch ein Buch von ihm als Mengexemplar ergattert in Regensburg. Also da haltet einfach die Augen offen, beziehungsweise guckt einfach mal auf den Gebrauchtbuchseiten. Ich denke, dass man da fündig werden kann. Das Buch hat 480 Seiten und ich habe es zusammen mit der Miriam vom Kanal MJ Least gelesen, ihren Kanal natürlich auch unten in der Infobox. Und wir haben uns auch hier wieder wunderbar ausgetauscht und tatsächlich auch immer ein bisschen mehr gelesen, als wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Um was geht es in Nachricht von dir? Ja, wir treffen hier auf Madeleine. Madeleine, wie auch immer wir sie aussprechen wollen. Madeleine geschrieben. Also auf Madeleine. Und sie ist Floristin und ist aber ursprünglich eine Polizistin, die an einem Fall eines Mädchen namens Alice eigentlich zerbrochen ist. Ja, Alice ist damals irgendwann verschwunden und sie hat lange danach gesucht, hat irgendwie nie daran geglaubt, dass sie wirklich tot ist. Auch als das Herz zugeschickt wurde, fand sie, das kann einfach nicht sein und hat immer weiter gesucht. Und als sie dann aber den Fall aufgeben musste, weil das eben, irgendwann ist ja die Polizeiarbeit beendet, wollte sie eigentlich auch ihr Leben beenden und wurde aber rechtzeitig gefunden. Und so ist sie dann umgeswitcht, ja, im Grunde auf das Floristentum, was sie eben schon immer machen wollte und wo sie eigentlich so ihre Ruhe finden wollte. Ja, zeitgleich treffen wir auf Jonathan. Das ist ein hoch angesehener, bekannter Sternekoch, der von seiner Frau betrogen wurde, die sie dann verlassen hat und am Flughafen jetzt seinen Sohn abholt. Und ja, auch er lebt ein bisschen ein zurückgezogeneres Leben, hat ein klitzekleines Restaurant und ja, ist eigentlich nicht so ganz glücklich mit seinem Leben und merkt, dass irgendwie alles aus den Fugen geraten ist. Und ja, holt jetzt eben seinen Sohn am Flughafen ab und auch Madeleine ist gerade am Flughafen und beide rempeln sich irgendwie an und tauschen versehentlich ihre Handys, merken das leider erst, wenn sie jeweils zu Hause sind. Der eine in den USA, sie in Europa. Und ja, damit beginnt sozusagen die ganz andere Geschichte, als ich sie erwartet habe. Ich muss ehrlich gestehen, die Cover von Mousseau, bei denen denkt man ja immer, es geht um Liebesgeschichten und natürlich beginnt diese Geschichte gefühlt auch wie eine Liebesgeschichte, doch es kommt dann ganz, ganz anders. Und man kann da jetzt unglaublich schlecht was darüber erzählen, ohne dass man spoilern würde. Denn wenn man jetzt eine klassische Liebesgeschichte mit den vertauschten Handys erwartet, dann ist das einfach nicht alles, was diese Geschichte zu bieten hat. Denn wir haben hier eine Mischung aus Liebesgeschichte, Thriller, Krimi, ein bisschen Mysteriösen. Es ist alles so bunt gemischt, unglaublich gut sprachlich verpackt, was uns echt begeistert hat Miriam und mich. Also wir waren wirklich hin und weg. Mir hat es unglaublich gut gefallen, wie diese Mischung aufkam. Ich bin ja bestimmt kein Krimi-Leser, deswegen ist auch dieser Hauch Krimi mit diesem größeren Thriller-Anteil wirklich genauso meine Mischung gewesen. Und dazu eben dieses vertauschte Handyspielchen der beiden. Und es sind wunderbare Charaktere geschaffen worden. Sie fühlen sich echt an. Man kann nachvollziehen, wie sie handeln, warum sie handeln, was das Leben aus ihnen gemacht hat. Man erfährt immer mehr aus der Vergangenheit der beiden und man bekommt eben so ein großes, ganzes Bild. Und das fand ich einfach unglaublich gelungen. Und es ist auch sehr schön, es gibt wunderbare Zitate zu Beginn des jeweiligen Kapitels, was wirklich einen so ein bisschen mitnimmt, auf eine Reise mitnimmt und man so ein Gefühl bekommt für diese ganze Geschichte, weil diese Kapitelüberschriften, diese Zitate eben tatsächlich so ein bisschen das Gefühl transportieren, was man in diesem Kapitel dann zu erwarten hat. Fand ich wirklich sehr, sehr großartig. War ein toller Mousseau, hat mir unglaublich gut gefallen. Es gab so manches Unlogische, wo ich so dachte, naja, ob ich das wirklich so abkaufe, weiß ich nicht. Man hat nicht gewusst, was auf einen zukommt. Also es war nicht vorhersehbar, sozusagen. Genau. Es sind Dinge passiert, wo ich wirklich sprachlos davor stand und dachte, wo geht diese Geschichte jetzt hin? Und ich mag wirklich jetzt auch nach dieser zweiten Geschichte den Stil von Mousseau. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele seiner Geschichten so sind, dass man etwas anderes erwartet, als man dann bekommt. Vielleicht überrascht es einen dann auch nach der fünften Geschichte nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja wirklich viele, die begeistert sind von Mousseau. Und ich glaube, dass das wirklich was Besonderes ist und man sich durch das Cover nicht täuschen lassen soll, dass da ganz viel Tiefgründiges, Ernstes und wirklich ganz, ganz Tolles drinsteckt. Und wirklich die Sprache von Mousseau gefällt mir unglaublich gut. Und ich bin jetzt schon froh, dass ich noch einen Mousseau auf dem Sub habe, den ich dann einfach demnächst lesen werde. Und ich glaube tatsächlich, dass ich hier einen neuen Autor für mich entdeckt habe, wo ich sage, zum Glück gibt es so viele Bücher, die man alle nach und nach weg lesen kann, weil mich der wirklich begeistert hat und mir wirklich die Geschichte gut gefallen hat, die Idee dahinter und auch die Umsetzung. Und es war ein wirklich ganz, ganz tolles Buch, was mich bis auf diese Logikfehler manchmal wirklich gebannt durch die Geschichte gezogen hat. Fand ich wirklich großartig, hat mir gefallen, hat Spaß gemacht. Und natürlich auch das Zusammenlesen mit der lieben Miriam, viele liebe Grüße, war natürlich einfach wieder was Besonderes, weil man einfach so Dinge dann auch aus anderen Augen sieht. Und ich finde, das bereichert unglaublich, das Lesen. Also ihr solltet das unbedingt mal ausprobieren. Lest mal mit einer Freundin oder auch einfach mit irgendwem, der gerade ein ähnliches Buch liest, wie ihr einfach mal ein Buch tauscht euch aus. Ich finde wirklich, dass das eine Bereicherung beim Lesen ist. Also absolut. Also bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Ja, schon etwas parallel habe ich dann gelesen Worte für die Ewigkeit von Lucy Inglis. Das Buch ist am 1. September im Chicken House Verlag erschienen, kostet gebunden 19,99 und als E-Book 13,99 und hat 400 Seiten. Hier hat mich neben dem wunderschönen wunderschönen Cover auch der Titel angesprochen, dieses Wort für die Ewigkeit und auch der Klappentext. So hatte ich das Buch auch bei den Neuerscheinungen für September vorgestellt und war total gespannt darauf und war dann total happy, als mir das Buch vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Ja, die Geschichte beginnt in Montana 1867 und wir bekleiden Miss Forsythe. Die 16 Jahre ist gerade auf der Reise von England in die USA, beziehungsweise dann auf dem Weg zu ihrem zukünftigen Ehemann, denn sie ist bereits verplant, verheiratet. Sie kennt ihren Ehemann nicht, nur von Briefen und auch von dem Foto, was ja zur damaligen Zeit schon sehr außergewöhnlich war. Ihre Eltern halten ihn aber für eine gute Partie und ja, so lernen wir ein bisschen das Mädchen kennen, ihre Gedanken, dass sie eigentlich ja gar nicht so richtig begeistert ist von der Idee, verheiratet zu werden, dass sie schon sehr modern denkt und sich aber halt ja einfach zur Liebe zu ihren Eltern diesen Leben jetzt sozusagen einfach hingibt sozusagen und das einfach macht. Ja, unterwegs sind wir jetzt damit. Ihr trifft sie auf einen Indianerjungen. Es war gerade die Zeit, als die Briten dann auch die USA sozusagen kolonalisiert haben, sagt man das so? Ja, das Land überrannt haben, mehr oder weniger und natürlich die Indianer dann auch schon in Reservate bringen wollte und das erleben wir durch ihre Augen ein bisschen mit und auf den Weg eben jetzt zu ihrem zukünftigen Ehemann hat sie aber mit ihrer Kutsche und auch ihrem Kindermädchen einen Unfall. Sie ist die einzige, die das überlebt und wird von diesen Indianerjungen gerettet. Er nimmt sie mit zu sich, pflegt sie, gibt ihr Essen, gibt ihr Unterkunft, gibt ihr was zum Anziehen und zeigt ihr so ein bisschen das Leben, wie es ist, wenn man eben nicht nach diesen ganzen Konventionen lebt und kann sie für diese freiheitliche Welt auch sehr, sehr begeistern. Zeitgleich sozusagen sind wir in der heutigen Zeit und hier treffen wir auf Hope auch ein junges Mädchen, die zusammen mit ihrer Mutter, die irgendwie chemie, physiktechnisch unterwegs ist, naturwissenschaftlich auch auf eine Reise nach Montana ist und sie wird von ihrer Mutter immer im Hausunterricht unterrichtet, weil ihre Mutter sich da einfach für die beste qualifizierte Kraft hält, eine sehr unsympathische Mutter und sie sind da jetzt eben auf einer Ranch untergekommen und auf dieser Ranch trifft Hope Cal, das ist der Sohn des Besitzers der Ranch und der zeigt ihr eben auch so ein bisschen das Leben in Montana. Selbst ist er ein, also weit zurückreichend ein Indianer und man merkt hier in Montana auch noch so diesen Rassismus, den die, ja ich sag mal typisch amerikanischen, ursprünglich englischen Menschen sozusagen den Indianern entgegenbringen und wir stecken hier so ein bisschen in dieser Mühle des Rassismus, ist so ganz leicht fest, also es hat schon einen gewissen Punkt in der Geschichte und Hope wird von ihrer Mutter eigentlich bedrängt, das zu werden, was sie selbst ist, aber Hope möchte eigentlich Schriftstellerin werden. Hope liest gerne, verkriecht sich auch gerne in ihren Büchern und trifft auf dem Speicher der Ranch ein Tagebuch und das Tagebuch ist das Tagebuch von Miss Forsythe aus dem Jahre 1867. Und als sich dann Hope zusammen mit Cal auch noch auf die Reise machen, um die Mutter von Cal abzuholen und sie einen Autounfall haben und in einer Hütte erstmal irgendwie Unterschlupf finden, spürt man, dass die beiden Schicksale der beiden Mädchen irgendwie was miteinander zu tun haben und das war wirklich wunder, wunderbar geschrieben. Ich mochte diesen ganzen Geschichtsaufbau, ich mochte diese zwei Zeiten, die wir haben, die wirklich sehr unterschiedlich sind, auch im Sprachlichen unterschiedlich sind. Man spürt also sprachlich tatsächlich, jetzt bin ich 1860 und jetzt bin ich in der Gegenwart. Ich finde es toll, wie das die Autorin gemacht hat, dass man eben das Gefühl hat, man wird tatsächlich in der Vergangenheit zurückgeworfen. Man hat hier das Gefühl eigentlich, dass es zwei Autoren sind, die schreiben. So brillant hat sie das wirklich gemacht, dass man sich immer sofort in der Zeit gefühlt hat, in der man ist. Nicht nur, dass man wusste, wo man ist, sondern eben auch, dass es sich so angefühlt hat. Das fand ich großartig. Ich mochte die Verwicklung der beiden Schicksale. Ich mochte beide Mädels unglaublich gerne. Ich fand sie wirklich stark und tough und mutig und auch die Entscheidungen, die ihnen ja eigentlich auferlegt werden, die sie aber einfach annehmen und sie dann zu ihrer eigenen machen, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Ich mochte diese Idee, dass man sich eben nicht nur irgendeinem Schicksal ergibt, sondern eben auch sein Schicksal daraus macht. Sehr, sehr gerne. Ich mochte dieses ganze Feeling. Ich mochte dieses Montana. Ich mochte diese Idee mit den Indianern, dass man da Infos bekommen hat, wie das eben damals abgelaufen ist und wie auch heute noch man im Grunde als Indianer-Nachkomme sozusagen leidet. Und ich kann mir das wirklich tatsächlich gut vorstellen in den USA, dass es da nicht sehr einfach ist. Und ich fand diese Mischung aus all diesen Themen wirklich großartig gemacht. Es war nicht überladen. Es war eine sehr luftige Geschichte, trotz des Ernstes der Themen. Und das war wirklich, was es so besonders gemacht hat. Man ist so durch die Seiten geflogen. Man hat diese Geschichten auf sich genommen, in sich eingesogen und man war wirklich so im Bann. Und es passieren auch sehr emotionale Dinge, die einen tatsächlich dann auch ein Tränchen, mir zumindest, ein Tränchen herausdrücken und man sich so denkt, boah, das ist echt großes Bücherkino gewesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war mir manchmal ein bisschen zu klar, was passiert. Also es war ab einem gewissen Punkt dann schon fast, dass man eben das Ende irgendwie gedacht hat, das könnte in diese Richtung gehen. Und es war deswegen nicht langweilig oder man hat deswegen auch nicht weniger begeistert gelesen. Aber ich mag halt auch gerne ein bisschen überrascht werden. Und ja, man spürt halt hier definitiv schon, dass man, wo die Geschichte hin sollte, was die Geschichte am Ende aussagen soll. Und das finde ich toll, großartig. Wie gesagt, ein bisschen Überraschung hätte mir auch noch ganz gut gefallen. Ich fand es wirklich toll. Ich kann das Buch wirklich empfehlen. Gerade wer gerne mal so Zeitsprünge in Geschichten macht, der ist hier auf jeden Fall richtig. Denn ich finde auch wirklich, dass die Zeit um 1860 sehr, sehr gut dargestellt wurde und uns gezeigt wurde und rübergebracht wurde. Und das einfach für Spaß gemacht hat. Also das Buch war wirklich toll. Hat mir gut, gut gefallen. Und ja, kann ich absolut empfehlen. Und ich mochte einfach diese Zeitsprünge. Und ich bin ja jemand, der gerne Zeitreisen liest. Und es muss nicht immer der Protagonist einer Geschichte Zeitreisen. Und es reicht auch schon manchmal, wenn ich Zeitreise. Und das war in der Geschichte. Und das war wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also auch sehr bildhaft. Und man konnte sich das gut vorstellen. Und ja, also wirklich Begeisterung hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Das nächste Buch ist dann eine etwas längere Kurzgeschichte sozusagen. Und zwar Die Welt zwischen den Zeilen von Jackie Fellgut. Eine Autorin, die dieses Jahr ein Projekt hat. Zwölf Bücher in zwölf Monaten. Denn soweit ich das in ihrem Blog, ich verlinke den Blog auf jeden Fall auch mal in der Infobox verstanden habe, hatte sie immer Bücher angefangen und nie zu Ende gebracht. Und dieses Projekt sollte ihr jetzt im Grunde dazu dienen, auch einfach mal ihre Geschichten zu beenden. Und dann eben mit einem Mal auch zwölf Geschichten beendet zu haben, die sie jeden Monat veröffentlicht. Und dann im Grunde wirklich so zwölf Bücher hat, wo sich jeder irgendetwas für sich herausziehen kann. Und eben auch damit zu zeigen, man kann Geschichten beenden. Sie hat eben auch so eine Seite, Schriftsteller werden, die ich sehr spannend fand, wo ich diese Woche schon ein bisschen rumgesurft bin. Und auch ich habe ja zwei Buchentwürfe irgendwie auf dem PC liegen, wo ich mir denke, Mensch, vielleicht solltest du dich wirklich einfach mal dransetzen und es zu Ende bringen. Ja, aber nun zur Geschichte. Die Welt zwischen den Zeilen ist dieses Jahr im Februar erschienen, hat 210 Seiten und kostet als E-Book 2,99 Euro und als Taschenbuch 9,99 Euro. Und ja, ich habe es mir direkt geholt nach dem Hangout bei Susi zusammen mit Sina. Ich fand Jackie schon im E-Mail-Kontakt unglaublich sympathisch. Ich mochte Hashtag-Folge deinem Herzen, was ja wirklich so ein Highlight in meinem Sommer war und dachte mir, Mensch, wie konntest du die Autorin schon wieder so halb vergessen haben? Und schwupps habe ich mir zwei Bücher auf den Sub geholt und das eben zuallererst gelesen. Ja, es ist sozusagen eben dann mein zweites Buch der Autorin. Und ja, war ich sehr gespannt, was mich in dieser Geschichte erwartet. Ja, wir sind hier bei Isa und Isa ist eine junge Frau, die in einer Beziehung lebt und die sich aber gerne mal in Bücher zurückzieht. Nur macht das Isa nicht so wie wir klassischen Leser, sondern Isa kann tatsächlich in die Geschichte eintauchen. Es gibt Stellen im Buch zwischen den Zeilen sozusagen, wo sie eintauchen kann und dann eben auch die Charaktere sozusagen beobachten kann und ein bisschen in der Geschichte dabei ist. Denn Charaktere in den Büchern leben tatsächlich neben dem, was wir von ihnen lesen, noch ein anderes Leben. Und das sieht Isa und kann eben in diesen Geschichten eintauchen. Und sie liest aktuell als eines ihrer Lieblingsmärchen Aschenputtel und zieht sich auch in diese Welt etwas zurück und verliebt sich dort in den Prinzen von Aschenputtel und weiß eigentlich, dass es keine Zukunft gibt, denn wir wissen ja alle, wie Aschenputtel endet. Und so weiß sie es auch. Und ja, sie ist dann eben ein bisschen hin und her gerissen, weil ihre Beziehung gerade nicht so toll läuft, ihr Leben außerhalb der Bücher nicht so der Brecher sind. Bringer sind, nicht Brecher, der Bringer sind. Und meine Güte. Ja, auf jeden Fall spricht sie auch mit ihrer Mutter über ihr Phänomen und ihre Mutter kennt das, denn alle weiblichen Nachfahren sozusagen konnten. In diese Bücher springen auch ihre Oma, also Isas Oma, die sich komplett in den Geschichten verloren hat. Ihre Mutter hat es irgendwann aufgegeben zur Liebe, zu ihrem Mann und auch eben zu ihrer Tochter wegen und rät ihr eben auch einfach davon ab, sich in diesen Welten zu verlieben oder auch gar zu verlieren und dass sie eben das Leben draußen genießen soll, draußen genießen muss. Und ihre Mutter hat tatsächlich ein bisschen Angst um Isa. Ja, Isa verbringt aber wunderbare Stunden, im Aschenputtel und lässt uns auf dieser Reise sozusagen teilhaben. Es war eine wunderbare Idee, die Jackie Fellgut hier aufgenommen hat. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, mit Isa in Aschenputtel einzutauchen. Ich könnte mir das tatsächlich noch bei anderen Märchen sozusagen vorstellen. Und die erfüllt eben uns Lesern einen Traum, den wir uns glaube ich alle immer mal wünschen, dass wir in unser Lieblingsbuch eintauchen könnten und dort einfach gemeinsam mit unseren Lieblingscharakteren auf die Reise gehen. Oder wäre keiner von uns gerne mal in Hogwarts oder im Auenland oder bei irgendeiner heißen Szene in einem New Adult Roman. Ich glaube, jeder wüsste da so seine Geschichte, in die er gerne mal eintauchen würde. Und Jackie nimmt eben diese Idee, diesen Gedanken und lässt ihre Protagonistin in Aschenputtel fallen. Ich fand die Sprache wirklich wieder sehr, sehr gelungen. Ich mag es wie Jackie in sehr kurzen Sätzen, sehr prägnanten Sätzen, wie ich eine Geschichte erzähle. Das ist eine ganz andere Art von Stil, der irgendwie sehr frisch wirkt, modern wirkt, spritzig wirkt, der sehr kurzweilig ist, der einen aber begeistert. Das war auch schon bei Hashtag Folge Deinem Herzen so, dass mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist einfach mal eine andere Art des Erzählens. Und ich finde, sie hat ihren ganz eigenen Stil und der mir wirklich gut gefällt. Ich bin da wirklich mit Begeisterung in dieser Geschichte und diese 200 Seiten haben sich wirklich im Nu weglesen lassen. So in zwei Rutschen war ich dadurch, weil ich einfach wissen wollte, wie geht es mit Isa weiter? Was hat es da mit diesem Aschenputtel zu tun? Tauchen wir noch in eine andere Geschichte ein? Was macht der Prinz tatsächlich, wenn die Prinzessin nicht hinsieht? Und ich das wirklich sehr, sehr interessant, aufregend fand. Es hatte wunderbare Momente. Es hatte sehr viel Weisheit auch wieder. Ich habe auch ein wunderbares Zitat herausgesucht. Aber es ist niemals eine gute Idee, die Umstände, das eigene Schicksal bestimmen zu lassen. Mit viel Fleiß und harter Arbeit lässt sich einiges bewegen. Was aber am Ende dabei herauskommt, hängt allein davon ab, ob man auch angefangen hat. Und das ist es wirklich, was ich fand ich ganz, ganz toll. Also ich bin ja auch jemand, der sagt, nur der Anfang trennt uns vom Ende. Und das finde ich auch, hat einfach perfekt sozusagen zu meiner Einstellung gepasst, dass man eben einfach angefangen haben muss und sich nicht in einem Jahr denkt, ach, hätte ich doch da angefangen, sondern es einfach gemacht hat. Und hat mich unglaublich inspiriert, einfach selbst vielleicht an meinen Buchentwürfen mal zu arbeiten und weiterzumachen und sich vielleicht wirklich fertig zu bringen. Und auch, wenn es nicht der Weltbestseller wird, aber einfach zu wissen, man kann etwas zu Ende bringen, ist, glaube ich, schon ein sehr schönes Gefühl, ein sehr angenehmes Gefühl. Und ich merke hier einfach auch bei Jackie Felgo, dass sie eben genauso ihre Gedanken, die man jetzt auch so ein bisschen auf dem Blog lesen konnte, einfach in den Gedanken ihrer Protagonisten hat. Also auch das, was Isa denkt und fühlt, tatsächlich so ein bisschen das ist, was wir alle eben fühlen und uns eben manchmal etwas wünschen, was unerreichbar scheint, aber es vielleicht doch am Ende irgendwie möglich ist. Und das hat mir an der Geschichte wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es kommt nicht ganz an Hashtag Folge Dein Herzen heran, einfach weil das wirklich so von der Sommerstimmung ein ganz, ganz gelungenes Buch war. Aber ich fand es wirklich schön. Es war eine bezaubernde, märchenhafte Geschichte und mir hat dieses Eintauchen in Aschenputtel einfach auch gut gefallen. Hat Spaß gemacht. Ich hatte Lesefreude und ja, fand ich sprachlich wirklich auch ganz, ganz toll. Freue mich jetzt auf das nächste Buch, was ich noch von ihr habe und ich glaube, dass es auch nach diesen drei Büchern nicht die letzten Bücher sein werden, die ich von ihr lese, denn es folgen ja noch ein paar Monate in ihrem Projekt und da bin ich sehr gespannt, wie was da noch kommt und wie sie uns weiter daran teilhaben lässt. Deswegen auch mal ihr Blog in der Infobox, den ich wirklich unglaublich spannend und interessant finde. Und gerade, wenn man vielleicht selbst mit dem Gedanken spielt, mal ein Buch zu veröffentlichen und noch nicht so recht weiß, ist man da auf jeden Fall auch mal, denke ich, gut bedient, wenn man sich ein bisschen durch diese Blog-Einträge liest. So, das letzte Buch ist dann dieses wunderschöne Büchlein. Plötzlich, Banshee von Nina McKay. Kostet als E-Book 12,99 und als broschierte Ausgabe, wie ich es habe, 15 Euro, ist am 1. September im Iwi Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt und hat in dieser broschierten Ausgabe 400 Seiten und ist am 1. September erschienen. Und es ist wirklich wunder, wunderschön broschiert. Also hier haben wir diesen wunderschönen Vogel, den wir bereits auch vom Titel kennen. Und auch hinten drin haben wir diesen Totenkopf, den wir ebenfalls, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Es ist ein bisschen plassrosa. Und ja, Nina McKay, eine deutsche Autorin, ich glaube irgendwas Jahrgang in den 80ern, ist, soweit ich weiß, ihr erstes Buch, was erschienen ist. Und ihr zweites kommt jetzt, glaube ich, auch schon demnächst wieder. Man muss hier ganz vorneweg schon mal sagen, es ist ein Einzelband, was ich absolut gut finde, gelungen finde und mich freue, dass es mal nicht in irgendeiner Reihe steht. So ist es mit der Woche ja eigentlich so überhaupt, dass man mal kein Reihenbuch liest, sondern ein Einzelband. Und ja, um was geht es in plötzlich Banshee? Es geht um Elena. Sie ist 20 Jahre alt, wohnt zusammen mit Clay in Santa Fe und ja, hat keine so schöne Kindheit gehabt, ist im Heim aufgewachsen und hat dort eben schon Clay getroffen und seitdem waren sie keinen Tag getrennt. Sie sind beste Freunde und wissen, was sie aneinander haben. Ja, Elena hat eine etwas merkwürdige Gabe. Sie sieht die Zeit der Menschen über ihrem Kopf stehen, die sie noch leben in Monaten. Und ja, immer wenn jemand kurz davor ist zu sterben, lässt sie einen Schrei los, den alle Umstehenden hören, aber nicht der oder die, die da jetzt eben gerade kurz vor dem Sterben ist. Sie versucht als Detektivin, ja, Leben zu retten, ihren Leben, ja, auch finde ich persönlich, einen Sinn zu geben. Und wir erfahren recht schnell durch Clay, dass Elena eine Todesfee ist, nämlich eine irische und somit eine Benji. Und ja, Benjis haben auch noch den großen Nachteil, dass sie bis zu ihrem 21. Geburtstag, bis sie also volljährig sind und eine erwachsene Benji dann sind, eben auch noch Unglück anziehen und ihnen wirklich total doofes Dinge passieren. Und so ist Elena unglaublich tollpatschig und ja, das zeichnet eigentlich schon ihren Charakter aus, denn sie ist eine unglaublich tollpatschige und lustige Protagonistin. Es gibt mysteriöse Todesfälle in Santa Fe und dann taucht auch noch Dylan auf, ein Detektiv, der alle, ja, Morde mehr oder weniger irgendwie auf Elena, nicht zurückführt, aber sie in Verbindung damit bringt. Und natürlich jetzt alle herausfinden wollen, was es mit den Morden auf sich haben, was es, ja, mit Elena selbst auf sich hat und was da zwischen Elena und Dylan gehen könnte. Und ja, warum Clay schon ein Leben lang an ihrer Seite ist und jetzt auf einmal mit Morden herum macht. Ja, wir haben hier eine, mit der fange ich einfach an, eine unglaublich tolle Protagonistin. Ich mochte Elena von den ersten Seiten an. Ich mochte ihre tollpatschigkeit, ihren Sarkasmus, ihren teilweise sehr, sehr schwarzen und trockenen Humor. Ich war da absolut dabei. Ich hatte viele Lacher. Ich habe mich unglaublich über ihre Gedanken, ja, amüsiert. Ich mochte es, wie sie uns rübergebracht wurde, wie die Autorin sie wirklich geschaffen hat und ich mochte einfach ihren Humor. Ich fand diesen ganzen Humor im kompletten Buch wirklich super toll. Also es sind dann auch Dinge einfach so ausgesprochen worden, die eigentlich so selbstverständlich sind und es gibt total blöde Antworten. Also so, wenn jemand eine blöde Frage stellt, bekommt er eine blöde Antwort, so heißt es ja im Sprichwort. Und das haben wir hier drin. Ich fand es lustig von den ersten Seiten an. Ich habe mich mit dieser wunderbaren Mythologie, die ins Keltische zurückgeht, zumindest was die Banschis und so angeht, wirklich sofort zu Hause gefühlt. Ich habe genug Infos hierin bezogen, um zu wissen, was es mit Feenelfen, Dunkelelfen irgendwie zu tun hat, eben auch mit Banschi und was es noch anderes für magische Wesen um uns herum gibt. Und ich habe tatsächlich dann auch ein bisschen gegoogelt, wo das alles herkommt, wie das alles zusammenhängt und es hat unglaublichen Spaß gemacht, dann einfach die Geschichte mit diesen etwas mehr Wissen sozusagen zu lesen. Man muss es aber nicht lesen, sondern kann es lesen. Ich habe es ja zusammen mit der lieben Lisa von Ex Libris Lisa ganz liebe Grüße gelesen, ihr Kanal natürlich in der Infobox. Und wir haben uns das Buch eigentlich so für 100 Seiten am Tag eingeteilt. Ich musste aber dann am dritten Tag sagen, Lisa, ich muss weiterlesen, ich kann jetzt nicht aufhören. Und daraufhin war sie auch so motiviert zu sagen, ja, wenn du das hier so gut findest, dann muss ich auch weiterlesen. Und wir haben es dann eben schon am dritten Tag beendet, weil uns dann einfach wirklich die Spannung so groß wurde, dass wir es nicht mehr weglegen konnten. Der Anfang, der Einstieg ist ein bisschen langsam, ist ein bisschen sehr informativ, er ist natürlich humorvoll, aber dann, ich würde wirklich sagen, so ab der Seite 2, naja, eher schon früher, also so ab 100, 120 wird es spannend und dann so ab 200, 250 hat man es vor Spannung gar nicht mehr ausgehalten. Es war ganz, 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 ganz toll. Ich mochte diese Gedanken dahinter, ich mochte diese Idee mit dieser Todesfee, die die Zeiten sieht ihre eigene allerdings nicht, diese Fragen, die sich auftun, diese Liste, die sie bei sich hat und dass sie einfach, ja, so locker geblieb ist, so humorvoll und immer ist irgendwas Blödes passiert und man musste einfach mitlachen. Ich mochte auch diesen Hauch von Liebes hin und her, den sie zusammen mit Dylan hat. Das war nicht zu viel, das war absolut in Ordnung und es hat einfach Spaß gemacht, wie sich das aufgebaut hat, wie sie sich blöde Sprüche an den Kopf geworfen haben und es war einfach, ja, spritzig und modern und es war humorvoll und man war irgendwie so dabei und es hat sich so echt dadurch angefühlt. Es gibt eben keine geholzten Sätze, Sprüche, sondern es hat sich einfach so ganz natürlich angefühlt, wie sich eben einfach Jugendliche oder 20-Jährige im Grunde unterhalten, fand ich zumindest und ich fand es wirklich toll. Mir hat es Spaß gemacht, mit Elena auf diese Suche zu gehen, auf diese Reise zu gehen, mit ihr dabei zu sein und ich fand es eben auch toll, was da drin passiert ist, die Gründe, wieso es passiert ist und es war einfach spannend und toll geschrieben. Das Ende kam mir persönlich viel zu schnell, also man hatte wirklich gefühlt 300 Seiten, wunderbar, ein Einstieg und in 100 Seiten dann so viel gepackt, was vielleicht nochmal in 100 Seiten gepasst hätte. Das fand ich persönlich tatsächlich ein bisschen schade, dass das Ende dann wirklich so kurz gekommen ist, dass so viel so schnell passiert ist, was natürlich spannend war und man schnell dann dahinter gekommen ist und durch war. Aber ich hätte mir da tatsächlich noch ein paar Seiten mehr gewünscht, um das Ganze ein bisschen auszuholen und auch das Ende einfach so zu genießen, wie der Aufbau der Geschichte war. Aber es war durchweg wirklich gut, es hat Spaß gemacht, es zu lesen und ich hätte, wäre nie wirklich auf das Ende gekommen. Auch hier konnte man ja so ein bisschen überlegen, ja, wer ist an all diesen etwas, an diesen mysteriösen Morden sozusagen schuld und auch Lisa und ich haben geraten. Wir sind, glaube ich, beide nicht drauf gekommen. Wer dahinter steckt, wir hatten ganz andere im Verdacht und das hat einfach auch wieder Spaß gemacht. Also auch hier war der Austausch wirklich wieder toll und es macht einfach Spaß, ja, gemeinsam zu lesen, sich gemeinsam Gedanken zu machen und so war es auch bei diesem wirklich, ach, wunderschönen Buch, das ich wirklich toll finde. Es steht hier hinten auch, dass es ein Wettis-Gewinner 2014 ist, also ein Wattpad-Erfolg, endlich als Buch, was auch immer das ist. Es hat auf jeden Fall schon im Preis, zumindest 2014 und wie gesagt, soweit ich es auf ihrer Facebook-Seite mitbekommen habe, die ich euch auch mal in die Infobox packe, gibt es in diesem Jahr sogar noch ein Buch von ihr. Ja, ich freue mich, werde die Autorin auf jeden Fall im Auge behalten und bin sehr gespannt, ob mir dann auch ihr nächstes Buch so gut gefallen wird. Dann gibt es zu dieser Woche gar nicht mehr so viel mehr zu erzählen, außer ein Serien-Highlight. Ich habe, ich glaube, am Sonntag mit Stranger Things angefangen, eine Netflix-Original-Serie, die ja auch schon eine Empfehlung von Phil war. Ich parke sein Serien-Empfehlungsvideo mal in die Infobox und da auch allerhand andere Menschen geschwärmt haben. Zum Beispiel auch die liebe Wilja in ihren August-Favoriten, auch ihr Video natürlich mal in der Infobox und ich dachte, ich kann mich jetzt nicht länger wehren. Ich wollte irgendwie mal wieder eine Serie schauen und dachte, fängst du damit an? Und die Serie hatte mich von der ersten Folge an Stranger Things, hat einen typischen 80er-Jahre-Gruselfilm-Flair, allerdings mit Top-Qualität, wie man es halt heutzutage einfach gewöhnt ist. Und man hatte ständig das Gefühl, dass man in irgendeinem Stephen-King-Buch festhängt, beziehungsweise vielleicht sogar in einem früheren Stephen-King-Film. Wir haben hier vier gute Freunde, die ein bisschen an die Gruppe von S. erinnert, an diese Kinder und einer von den vieren wird entführt. Gleichzeitig taucht ein Mädchen mit kurz geschorenen Haaren auf, die ja sehr übernatürliche Kräfte hat und die kein so schönes Leben in ihrem Labor sozusagen geführt hat. Und es passiert allerhand in diesem kleinen Dörflein und es ist unglaublich spannend. Es hat Gruselmomente, es hat echte Spannungsmomente, wo man so davor sitzt und sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, man sich manchmal nicht mehr aus seinem Haus traut morgens, um zum Auto zu laufen und sich denkt, okay, ganz schnell, mach das Auto möglichst bald auf und ich dann mich tatsächlich auch innen eingesperrt habe. Ja, ich gestehe es. Auch mit 33 gruselt man sich tatsächlich noch vor Gruselfilmen. Ich fand nicht nur, dass die erste Staffel, es waren jetzt glaube ich acht Folgen, schon auch abgeschlossen in sich ist. Es wird eine zweite Staffel geben, aber man hat auf jeden Fall irgendwie ein Ende in der Geschichte, möchte ich jetzt mal sagen, was ich auch wirklich gut angefühlt habe. Also es hätte damit jetzt auch enden können. Ich bin aber froh, dass es eine zweite Staffel gibt. Es war wirklich eine Geschichte, die einen einsaugt, die einen mitnimmt und ich mochte wirklich dieses typische 80er Jahre Flair, weil ich, ja meine, also ich bin ein 83er Kind und meine ersten Gruselfilme waren natürlich Gruselfilme, die meine Eltern toll fanden, beziehungsweise meine Mama gut fand. Die hat sich auch schon immer gerne gegruselt und Stephen King gelesen und dementsprechend war auch einer meiner ersten Gruselfilme S, nach Friedhof oder vor Friedhof der Kuscheltiere und ja, ich habe auch S, also war auch glaube ich mein erster oder mein zweiter Stephen King, könnte mein erster gewesen sein, den ich glaube ich mit 13 oder so gelesen habe unter Aufsicht. Ob das jetzt pädagogisch wertvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich fand es cool und ich habe es gerne gelesen und ich hatte auch nie wirklich Angst beim Lesen, weil ich wirklich immer auch mit meiner Mama einfach darüber reden konnte und ja, dadurch natürlich die starke Mama auf mich aufgepasst hat in den Büchern und ja, es war einfach großartig und mich hat das einfach alles so erinnert. Also wer diese früheren Gruselfilme kennt, ich meine, da gibt es ja auch noch Halloween und Psycho und die Vögel, wobei das ja eher Grimmi ist, schwarz-weiß, aber es hat so ein gewisses beklemmendes Gefühl bei einem hinterlassen und mich hat das einfach daran erinnert und die Leute dort haben auch kein Handy, die merken dann, dass ihr Kabel einfach irgendwie zu kurz ist, wenn sie sich hinsetzen oder dass da tatsächlich, also dass man nicht irgendwie einfach schnell googelt, sondern den Lehrer anruft, um was zu fragen, was ich sehr cool fand und es ist einfach alles ein bisschen umständlicher, wie man es heute hat, aber es hat sich einfach irgendwie richtig und cool angefühlt. Also es war einfach, wie man selbst aufgewachsen ist. Das kann natürlich jetzt eine Generation vielleicht nicht nachvollziehen, die schon immer ein Handy in der Hand hatte, aber auch ich bin ja noch mit Festnetz aufgewachsen und mein erstes Handy habe ich glaube ich mit 16 oder knapp 17 bekommen. Dementsprechend ist es mir ein absoluter Begriff, noch in die Bücherei zu gehen, irgendwas zu recherchieren, Lehrer zu fragen oder, na das macht man ja glaube ich heute gar nicht mehr, weiß ich nicht, aber ich fand, das hat sich so echt angefühlt und es war einfach spannend, mystisch und es war gruselig und es hatte einfach so die richtige Portion von alledem, was eben so das gut macht. Und ich fand auch die Schauspieler toll, die Kinder waren großartig. Ich mochte Winona Ryder hat hier eine Rolle mit eingenommen und die fand ich ja schon crazy in Edward mit den Scherenhänden und mochte sie auch in dem einen Film mit Cher unglaublich gerne und gibt es noch so einen Film mit Richard Gere, wo ich sie auch toll fand und also die ist schon eine klasse Schauspielerin und man merkt das einfach hier wirklich und sie hat das großartig gemacht. Auch dieser Commissioner irgendwas, Detektiv, den fand ich unglaublich gut. Ich mochte auch die jugendlichen Schauspieler gerne und da ist halt keiner dabei, der irgendwie negativ auffällt, sondern wirklich so wunderbar auch das Klischee der 80er erfüllt und man hatte einfach Spaß und mich hat es wirklich in den Bann gezogen und so habe ich die acht Folgen, wo ich relativ schnell hintereinander weggeguckt, gerade die letzten beiden Folgen, dann eben jetzt auch an den Tagen, wo ich krank war und wo ich so dachte, ja gruselig einfach mal. Ich konnte sie dann unter Tage angucken, dann war es nicht so schlimm als nachts, wenn es schon dunkel ist und man sich denkt, wer kommt da gerade aus dem Keller. Also ihr wisst, ja, fand ich wirklich großartig, ist eine absolute Empfehlung. Wer Netflix hat, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen und wird hier Spaß haben. Ansonsten war meine Woche nicht sehr spektakulär. Ich habe einen wunderbaren Film mal wieder gesehen, Chocolat. Ist ja auch eine Buchverfilmung, in der einige bekannte Schauspielerinnen mitspielen. Judi Dench, wenn ich mich nicht irre, diese Melanie Binochet. Ich glaube, ich spreche sie wieder mal falsch aus. Und natürlich Johnny Depp in seiner Höchstform, wie ich damals fand und ein wunderbarer Film. Es war ein wunder, wunderbares Buch, das irgendwo da hinten, glaube ich, im Regal stehen müsste und dass ich sehr geliebt habe, das Buch und auch den Film. Immer wieder gerne gucke, wo es ja so darum geht, dass der Nordwind eben unsere, ich sage es mal, Protagonistin, Hauptdarstellerin mit Tochter, in dieses Dörflein zieht, das hochkatholisch ist und mitten während der Fastenzeit macht sie eine Schokolaterie auf und beglückt die Menschen eben mit ihrer Lieblingsschokolade. Und sie erahnt eben immer, was die Lieblingsschokoladesüßigkeit ist und bringt eben so das ganze Dorf in Wallung mit Schokolade. Und ja, das mag natürlich der Bürgermeister nicht sehen, geschweige denn die Kirche und verbietet das dann und dann hat sie gar keinen so leichten Stand und eigentlich zieht sie der Nordwestwind, der West-Nordwind, irgendeiner der Winde wieder davon und ja, dann taucht auch noch Johnny Depp auf als Zigeuner. Ach, sah gut aus mit längeren Haaren. Ja, ein absolut toller Schauspieler und auch ein toller Mann, wie ich finde. Und ja, hat mir wieder Spaß gemacht, den diese Woche anzuschauen, hat, bereitet mir immer so ein wohliges Gefühl. Ich mag auch die Musik, ich mag etwas diese Stille in diesem Film und ich mag einfach so, was uns diese Geschichte sagt. Also wer den Film noch nicht kennt und auch für ruhigere Geschichten einfach mal einen Sinn hat, der guckt sich einfach mal den Film an oder greift auch zum Buch. Ich weiß es leider gerade gar nicht, von welchem Autor, aber der Film heißt genauso wie das Buch. Dementsprechend wird es einfach zu finden sein. Ist auch schon ein etwas älteres Buch. Wird der Film wahrscheinlich schon mindestens 15 Jahre alt sein, wenn es reicht. Dann dem, das könnte sogar älter sein. Dementsprechend ist das Buch nochmal ein Hauch älter. Aber wirklich beides absolut zu empfehlen. Wirklich ein wunderschöner Film. Ich hatte wieder sehr viel Spaß, den so ein bisschen anzugucken. Und ja, ansonsten war so filmtechnisch glaube ich nichts weiter die Woche. Nein, eigentlich nicht. Auch serientechnisch war ich ja mit Stranger Things sehr gut beschäftigt. Ich habe dann halt, wie ich krank war, wo ich einiges an YouTube-Videos mir angeguckt, konnte da ein bisschen was von meiner Abo-Liste aufarbeiten und habe da wirklich einfach, ja, wunderbare Videos genossen und war sehr froh, wenn dann eben von den Lieblingsmenschen sozusagen was in der Abo-Box war und man da sich ein bisschen genießen sozusagen zurücklegen konnte und einfach entspannt hat. Also was anders ging halt die letzten Tage auch einfach nicht. Und ja, ich glaube, das war es soweit zu meiner Woche. Ich finde es nach wie vor echt schade, dass ich da heute nicht in Nürnberg bin. Aber ja, ich merke auch jetzt, wie ich langsam der Tee schreit sozusagen und ich mir denke, puh, ja, jetzt schneide ich mal dieses Video in Ruhe und werde es dann auch hochladen. Und ihr seht es ja jetzt dann im Grunde schon. Also wisst ihr, dass das geglückt ist? Ich hoffe es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, ansonsten gab es in dieser Woche ja meine beiden Büchermonate. Also ich habe meinen Büchermonat ja wieder in zwei geteilt, weil es eigentlich mit 14 oder 15 Büchern einfach wieder zu viel gewesen wäre, euch das in einem zu zeigen mit meinen Videoclips, die ich ja immer mache. Und ja, guckt da auch gerne mal vorbei. Ich verlinke euch beide Videos natürlich auch noch mal in der Infobox. Guckt auf jeden Fall auch mal zu den Kanälen. Und seit morgen um 19 Uhr bei Booktube Live bei Phil mit dabei. Würde ich mich sehr freuen. Bin sehr gespannt. Schon leicht hibbelig, ob alles so klappt technisch, wie wir uns das vorstellen. Und ihr könnt natürlich auch gespannt sein, wer noch die anderen Gäste sein werden. Das wird jetzt nach und nach ja noch bei Phil auf Instagram und Facebook auch enthüllt. Folgt mir da einfach. Auf Facebook werde ich morgen auch noch mal den Link einstellen, wo wir dann zu finden sind, wenn wir online sind. Und ja, seid da auf jeden Fall dabei. Würde ich mich freuen. Wünsche euch nun ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass ihr es mit ganz viel Lahn und Freude verbringen könnt und nicht so faul und gammelig sozusagen wie ich. Und dass ihr das macht, was euch Spaß macht. Das ist immer am wichtigsten. Danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.